Was kann man als Makler Besseres über eine Immobilie sagen? Ein Riesenwohl-Essbereich. Bitte besuchen Sie uns in dieser Immobilie. Vielen Dank! Was kann man als Makler Besseres über eine Immobilie sagen? Was kann man als Makler Besseres über eine Immobilie sagen? Was kann man als Makler Besseres über eine Immobilie sagen? Sie wollen selbst diese wunderschöne Immobilie ziehen? Dann rufen Sie mich an. Vielen Dank! Was kann man als Makler Besseres über eine Immobilie sagen? Untertitelung des ZDF, 2020